Jetzt Bauer Call. Hallo liebe Freunde von den regionalen Fernsehsender. Hier ist wieder euer Bauer Call mit der beliebte Sendereihe Macht dir nicht so viele Sorgen um die Politik. Ja, also wenn wir das gedacht haben, dann fing das an, dieses ganze Schlamassel in Thüringen. Dann merkten sie hier plötzlich im Mechelnburg-Vorpommern, sie haben gar keinen mehr, der in der Spitze stehen will, weil der andere aufgehört hat. Vorher hatten sie ja bei der SPD im Bund schon zwei Leute zu den Vorsitzenden gewählt. So ein Gespann, verstehst du, die gar keiner kennt. Also es ist absolut verrückt geworden und wir brauchen uns nicht mehr wundern, die wissen da oben nicht mehr, wie sie diese Schiffe noch steuern wollen. Aber mir fragt ja keiner. Ich hatte mir heimlich Chancen ausgerechnet, aber es ist auch gut, wenn ich hier draußen auf dem Land bleibe und euch weiterhin mit vernünftigen Informationen versorge. Wobei, es gab ja Hoffnung. Die haben doch jetzt in England eine Frau am Gehirn operiert. Also sozusagen während der OP hat die Geige gespielt. Habt ihr das gehört? Und als sie das gemacht haben, da haben die sich sofort vom Bundestag bei die Chirurgen gemeldet und haben gesagt, Menschenskinder, können wir das nicht auch mit unseren schlimmsten Politiker machen? Einfach am offenen Gehirn operieren und sehen, wo der Hase nicht mehr gerade ausläuft. Und das haben die auch tatsächlich gemacht, ist aber nicht propagiert worden. Weil als sie denen den Kopf aufgemacht haben, haben die gemerkt, da ist gar nichts. Und wenn das so ist, dass da bei vielen gar nichts ist, was du operieren kannst, Ja, sollten wir denn nicht mehr Sympathie mit den Politiker haben? Sollten wir denn nicht froh sein, dass wir so viele Benachteiligte da oben noch untergekriegt haben? Übrigens, wenn die Politiker nichts Verrücktes machen, dann kommen ja noch die Medien dazu. Also die Medien, die machen ja immer noch Feuer auf den Kessel. Statt das alles zu beruhigen, so wie das früher war, nein, immer noch einen oben drauf. Manchmal wünschte ich mir schon, die Berichterstattung wäre etwas glimpflicher. Deshalb bin ich ja hier bei dem einzigst Vernünftigen, was noch übrig geblieben ist, beim regionalen Fernsehen. Übrigens, nicht das einzigst Vernünftige. Es gibt nicht nur regionales Fernsehen, was du gucken kannst, sondern es gibt auch Power Calls Landradio. Der ein oder andere von euch hat das gehört, aber ihr wisst immer nicht, wie man das im Handy einstellen soll. Deshalb, nimm einfach Alexa und sag zu ihr folgenden Satz. Alexa, spiel Power Calls Landradio von Antenne MV. Wenn du dat hörst, dann brauchst du dich um den Wahnsinn auf dieser Welt nicht mehr kümmern. Hau hin und piesch nicht in, hab einen Spruch parat, denn kriegst du auch einen Pflegegrad. Bis nächste Woche. Das war unser Held vom Feld. Power Calls etwas anderer Wochenrückblick.